Allgreen ist für viele Spieler der ersten Stunde die erste Karte, die nicht zu einer Kampagne gehört. Ihr startet als Wikinger und habt den Auftrag, die Siedlung der Mayas zu zerstören, die sich in dieser Oase befindet. Hetgegen der Kartenbeschreibung reicht es nicht aus, nur die Burgen zu erobern. Die gesamte Siedlung gilt als Festung. Der kleine Berg südlich eurer Siedlung enthält jede Menge Kohle. Im Südosten findet ihr in erster Linie Eisen. Die Bergkette, die die Wüste umgibt, ist praktisch leer. Im Norden findet ihr aber etwas Gold sowie viel Platz für Steinminen. Die Goldvorkommen werden aber von Felsen blockiert, die nur zum Teil entfernt werden können. Eure Startvorgaben sind nicht sehr üppig, aber alles in allem sehr brauchbar. Die Karte ist sehr bewaldet. Ich halte es sogar für möglich, komplett ohne Förster zu spielen. Seid großzügig mit Holzfällern, da ihr sowohl das Holz als auch den Platz brauchen werdet. Das Skript der Karte ist fast nicht vorhanden. Es gibt daher keine vorgegebenen Angriffszeiten. Auf Normal kam der erste Angriff nach 70 Minuten. Beschränkt eure Verteidigung auf die Burg, mit der ihr startet, damit die Majos eure Siedlung nicht stören können. Theoretisch gibt es eine Stelle, die für eine Verteidigungslinie ideal ist, und zwar der einzige Eingang zur Wüste. Dort gibt es auch einen Sumpf, der feindliche Truppen behindern würde. In meinem Playthrough habe ich diese Stelle aber erst erreicht, als es nicht mehr relevant war, da man sich durch recht viel Wald kämpfen muss. Nach vier bis fünf feindlichen Angriffen hat die Wirtschaft der KI geschwächelt und auch wenn sie sich wieder erholt hat, hatte ich bis daheim bereits deutlich die Oberhand, was Soldaten angeht. Vor meinem Angriff habe ich das Gold in einen großen Tempel und zwei Sets Zielobjekte investiert. Der Rest floss gegen Ende in Level 3 Schwertkämpfer. Gegebenenfalls könnt ihr auch mit Priester den Schnee schmelzen, um direkt die wichtigen Bereiche der feindlichen Siedlung angreifen zu können, aber das war letztendlich nicht nötig. Mit dem Abkürzungszauber könntet ihr auch die Wüste erschließen, aber ich wüsste nicht, wieso man das tun sollte. Sobald alle Türme der Majos erobert wurden, ist die Karte ALL GREEN geschafft.